Hallo, schön, dass ihr da seid. Schreiben bringt Glück. Ja, und das nicht nur im Ergebnis vom Geschriebenen. Ein schöner Text, ein wunderbarer Brief, ein fantastisches Buch. Nein, auch im während wir schreiben, im Prozess, wenn wir das methodisch kreieren haben, haben wir die Möglichkeit, bewusst erfolgreich Veränderungen herbeizuführen in unserem Leben, in verschiedenen Lebensbereichen. Mein Name ist Jens Faber-Neuling und Schreiben hat einen großen Stellenwert in meinem Leben als Autor und Redakteur, aber auch psychologisch gesehen als Coach und Trainer. Ja, und Freischreiben, Seelenschreiben oder auch, wie schon gesagt, Schreiben bringt Glück, so nenne ich auch diese Methodik, die im 1-zu-1-Training ich gerne weitergebe oder aber auch in Workshop-Form. Vielleicht ist das ja interessant für dich, spannend für dich, das Wie und Warum das funktioniert. Dann schreib mich sehr gerne an. Voraussetzungen gibt es im Prinzip nur eine Offenheit, das Gegenüber, was wir tun. Und als Voraussetzung Material ist einfach etwas zum Schreiben nötig, egal, wo du gerne reinschreibst, ob du per Hand, ob du lieber auf Tasten schreibst, ist unabhängig. Es ist auch der Workshop oder auch das 1-zu-1-Training ist kein handwerkliches, schriftstellerisches Autorentraining vom Handwerk her, sondern ja, für jede Frau und jeder Mann gut geeignet. Ich freue mich, wenn es dich interessiert und vor allem auf die Begegnung mit dir. Bis dahin, lass es dir gut ergehen. Dein Jens Faber-Neuling. Tschüss.